willkommen zu dragon age orange sind ja im letzten part da haben wir zum einen aus unserem inventar hier hinten in die magic box einsortiert und dann haben wir auch hier in die andere kiste was eingeräumt und dann haben wir auch bei bodan vorbeigeschaut und wir haben bei sendel unsere ja unsere erste verzauberung gemacht wir haben das schwert von alistar verzaubert jetzt hat er da blitzschaden drauf und dann haben wir uns bodans waren angeguckt der hatte paar geschenke und dann haben wir bei ihm einen rucksack gekauft ja und zum lager was kann man dann noch sagen ja man kann hier halt wichtige gespräche führen die sind sehr wichtig um hier das vertrauen zu gewinnen da kann man halt in gesprächen gut punkten wenn man die richtigen optionen nimmt ja manche sind etwas schwieriger zu handhaben zum beispiel auch morgen ist ein bisschen schwieriger und stan ist auch etwas schwieriger da muss man ganz schön aufpassen was man ihm sagt ja unser hund da brauchen wir nicht weiter groß was zu machen der ist sowieso schon bei vertrauen 100 aber es ist ja auch unser hund die ne ansonsten haben wir jetzt halt hier zwei möglichkeiten zu schlafen also vom standardspiel her hat man nicht diese truhe nicht diese also nicht diesen ständer auch nicht die truhe und auch nicht diesen ständer also da hat man im standardspiel hat man diese sachen nicht da hat man nur die option halt bei bodan sachen zu verkaufen und wieder zu kaufen ansonsten muss man dementsprechend bevor man verkauft gucken ob man entsprechende kleidung für seine leute hat die man ausrüsten kann und die sachen die man nicht behalten will kann man dann halt hier bei bodan erstmal verkaufen auch da leveln praktisch die sachen mit bei bodan und werden mit der zeit besser aber auch dementsprechend teurer deswegen habe ich mir die entsprechenden mods geholt dass ich jetzt halt diese magic box habe diesen waffen ständer den rüstungs ständer und halt diese truhe auch die option dass man in diesem zelt schlafen kann ist mit einer mod gekommen und auch dass wir dieses zelt haben ist auch mit einer mod gekommen ja ich habe halt hier so einige mods am laufen aber das habe ich mit der zeit einfach festgestellt dass das sinnvoller ist wenn man solche sachen hat weil ja man braucht doch mit der zeit bessere sachen und es wurde mir einfach zu kostspielig dann hier immer bei bodan die besseren rüstungen zu kaufen man findet auch viele rüstungen sage ich mal dementsprechend und so weiter man aufgestiegen ist findet man natürlich auch die dementsprechenden rüstungen aber man findet halt nicht unbedingt immer alle komplett also wenn man jetzt jemanden in einer bestimmten rüstung komplett haben will ja und sonst also man hat hier generell vom standard steht spiel her keine möglichkeiten hier zu schlafen es ist hier ständig diese nächtliche atmosphäre die eigentlich sehr sehr schön ist ja und hier ist es halt wichtig und hier ist auch der beste ort um in ruhe halt mit den begleitern die gespräche hier zu führen man kann sie auch unterwegs führen aber ja dass da kriegt man nicht unbedingt die besseren punkte das habe ich bei meinem ersten durchlauf ja gemerkt so dann nutzen wir jetzt mal dieses zelt hier und schlafen dann mal eine runde und nicht so ja das ist halt auf englischweilzeit eine mod ist die nicht übersetzt worden ist man hat ihr seht ich habe hier die möglichkeit entweder mit akela also ich hole meinen hund mit ins zelt oder ich gehe alleine aber wir holen mal akela mit rein damit er uns schön bewachen kann so gute morgen so und ihr seht jetzt sind die sachen die halt mit der mod gekommen sind im moment nicht da die sind wieder da wenn so weit man halt einmal raus und wieder das ins lager zurückkehrt dann sind die ganzen sachen wieder da also so sieht mehr kann man im moment nicht zum lager sagen dann wollen wir aber auch mal losziehen mal gucken was könnten wir denn die sie Der Elf von Radcliffe möchte ich etwas später machen. Auch den Paragon möchte ich später machen. Also wir werden höchstwahrscheinlich erstmal den Zirkel machen, danach werden wir entweder den Paragon machen oder halt die Bestie machen. Das schauen wir dann mal, aber erstmal machen wir den Zirkel und dann gucken wir weiter. Der Zirkel der Magie ist eine Gruppe mächtiger Magier. Wenn du dir ihre Unterstützung sichern kannst, werden sie dir im Kampfe gegen die Dunkle Brut eine enorme Hilfe sein. Der Turm des Zirkels liegt im Kelenhut See. Wir haben soweit alles erledigt. Inventar ist auch soweit leer, nur das was wir brauchen. Gut, dann können wir jetzt mal losstratzen. Wir nehmen natürlich jetzt Alistair mit, dann nehmen wir Liliana und Morrigan. Jaja, unbedingt. Aber die fliegt sowieso raus. Gut, dann nehmen wir das doch mal an und wir gehen ja erstmal hier hin. Aha, natürlich. Ja, das sind so Zwischenkämpfe, die halt zwischendurch immer wieder auftauchen können. Aber jede Begegnung gibt es, glaube ich, immer einmal. Und wenn man die also einmal erledigt hat, müsste die dann auch nicht mehr auftauchen. Okay. Ja, da greifen wir doch mal. Kommt mal her. So. Dann greifen wir mal den da an. Okay, alle sind außer Lineal nach. Die ist mittendrin. Geh mal bitte da hinten hin. So. So. Oho. 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 Soo da. Hast du mich ges- Achso, ne. Ich bin in eine Falle. Hey. Ich hab schon gedacht, Lilliana hätte... So. Jo. Ganz viele Wölfchen. Wolfsfell kann man alles verkaufen. Braucht man sonst für nix. Da nehmen wir auch alles mit. So. Haben wir alle geplündert? Jawohl. Ähm. Dann... Dann... Ich musste grad nur meinen Timer richtig stellen. Oh. Da war noch eine Falle. Ja, in diesem Gebiet gibt es so einige Fallen. Ja? Oh. Äh. Nix. Schon gut. Ich wollte dich nicht stören. So. Dann... Nehmen wir hier die Elfenwurzel mit. Hier geht's nicht weiter. Gut. So. Was haben wir denn hier? Feines. Warnung. Die Gegend ist von Wölfen heimgesucht. Und hier? Vorsicht! Es wurden Wolfsfallen aufgestellt. Ah. Ja. Äh. Gut zu wissen. Eigentlich müsste es ja dann von hier aus kommen und nicht da. So. Okay. Dann haben wir... Deswegen ist es wichtig, weil die Begegnungen hier alle nur einmal kommen, ist es auch hier Äh. Ähm. Ähm. Wichtig. Ähm. Dass... Ähm. Man alles... Wirklich absucht. So. Aber wir haben hier... Nix weiteres. So. Ne. Okay. Dann können wir... Äh. Weiter. Ihr könnt wieder mitkommen. Oh. Na. Wer ist es diesmal? Oh. Alesta. Hast du... Auerfüßchen. Aber die stellen ja kaum Schaden bei uns an. Wie ihr meint. So. Und auf jeder Strecke kommt... Äh. Würde höchstens nur... Immer ein... Äh. Auch wenn es eine längere Strecke ist, nur ein... Äh. Ähm. Mal auf... Ein Kampf kommen. So. Dann holen wir uns jetzt hier... Die Todeswurzel. Betrachtet es als erledigt. Mhm. Seht ihr den Turm? Die Aussicht von ganz oben muss großartig sein. Mhm. Ja. Wenn du dich gerne da auf die Spitze setzen willst, bitte. Die sieht aber ein bisschen sehr... Sehr spitz aus. Ding. Der kann dir bestimmt noch ein... Weiteres... Äh. Popoloch... Machen. So. Aber natürlich... Gucken wir uns hier auch... Äh. Bis ins Kleinste an. Wie tief ist der See? Dürfen wir darin überhaupt schwimmen? Äh. Äh. Puh. Da es so dampft, ist es vielleicht nicht gerade empfehlenswert, da drin baden zu gehen. Wer weiß, was die Leute hier alles so reinkippen. Äh. Aber wenigstens scheiden sie ja ihren Müll anderweitig zu entsorgen. Da haben wir ein sehenswertes Boot. Also Hundi, heb mal dein Beinchen. So. Ähm. Ähm. Der Mabari beansprucht dieses Gebiet für sich und verteidigt es mit erhöhter Aggressivität und Hartnäckigkeit. So. Wunderbar. Hast dich erleichtert. Braver Hund. Ähm. So. Mit euch sprechen wir gleich. Weil, äh. Hier haben wir Deserteur Samuel. Äh. Und der gehört doch, äh, hier. Ähm. 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 Glaub ich Pflichtversäumnisse? Ja. Da. Deserteure. Samuel. Kaelin hat C. Den müssen wir also gleich mal Manieren beibringen. Da haben wir ein Deutsch. Wie ihr meint. Kann man mal verkaufen. Und das Schild können wir auch verkaufen. So. Budele. Verbindungsmann der Gemeinschaft der Magie. Gut. So. Dann fangen wir mal mit dir an. Hallo. Guten Tag. Wer sind sie? Ihr seid der Graue Wächter, nicht wahr? Ich hatte gehofft euch zu begegnen. Ich repräsentiere eine Gemeinschaft von Magiern, die ihr Leben ohne die ständige Kontrolle durch die Kirche führen möchten. Naja. Ähm. Erzählt mir mehr. Die Gemeinschaft ist eine Magier-Gilde, die sich selbst kontrolliert und einfach nur in Frieden leben möchte. Wir wollen die Kirche nicht verärgern, ziehen es aber vor, nach unseren eigenen Regeln zu leben. Hier neben mir findet ihr, wie in jeder anderen größeren Ansiedlung auch, einen unscheinbaren Sack, der Anliegen von Magiern aus dem ganzen Land enthält. Sie alle brauchen die Hilfe von jemandem, der fähig und diskret ist. Ähm. Ich werde mir diese Anliegen mal ansehen. Ich danke euch sehr. In jeder größeren Ansiedlung findet ihr einen unserer Vertreter, der bereit ist, euch im Namen der Gemeinschaft für erledigte Aufträge zu entlohnen. Der Erbauer möge auf euch herablächeln. Jo. So, da ist jetzt wieder, äh, ein Codex-Eintrag reingekommen, wo dann halt so ein bisschen die Gilde da erklärt wird. Dann gucken wir uns das mal hier an. Sehr schön. Ah je, so viel. Okay, äh, Orte der Macht. Hört meine Worte und gehorcht. Da meine Kräfte, die Kräfte von, äh, äh, Kreboulash, dem, äh, F, 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 T, T, oder wie sie schwinden, oder wie sie schwinden, muss meine Verbindung zu den mystischen Orten, die ich hinter mir gelassen habe, wiederhergestellt werden. Ihr, der Empfänger dieser Nachricht, werdet an diese Orte reisen und dort nach meinen persönlichen Siegeln suchen, um ihre, äh, 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 verborgenen Kräfte für mich freizugeben. Ihr findet diese Orte, äh, mystisch gemacht, in den ältesten Gebieten der, der Welt. Dem, äh, äh, Brasilienwald, den tiefen Wegen, den Herzen Demerins und nahe der Fundamente des Turms des Zirkels. Okay, nehmen wir an, dann haben wir hier falsche Zeugen. Die Aktivitäten der Malefikare vor, vor meiner Türschwelle sind nicht, äh, unbemerkt geblieben, weshalb ich nun selbst in Gefahr schwebe, vor die Templar, äh, äh, vor die Templar geschleift zu werden, geschleift zu werden. Einige Herumtreiber behaupten, sie hätten beobachtet, wie ich verbotene Künste ausgeführt habe und sind aufgebrochen, um die Kirchebericht über meine angeblichen Taten zu überbringen. Ich bitte die Gemeinschaft der Magie, diese falschen Zeugen aufzuspüren und sie um jeden Preis aufzuhalten. Sie sind entlang der Straße von Lotharing-Natsdämmern gereist. Sollten sie dort eintreffen, werden ihre Lügen mein Schicksal besiegeln. Auch das nehmen wir an, äh, Entlassungsschreiben. Im Leben jedes jungen Magiers kommt einmal der Zeitpunkt, an dem er aus dem Schatten seines Mentors heraustreten muss. Für meine drei jungen, unbedeutenden Schülern ist dieser Zeitpunkt nun gekommen. Derjenige, der meine Bitte erfüllt, nimmt es auf sich meine Schüler, die zweifelsohne im Unklaren über deren Inhalt der Dokumente sein werden, äh, glückliche Glückwunschschreiben zu überbringen. Die, äh, die Namen der Schüler sind, äh, Staric, äh, Elena und, äh, Seth. Ich habe sie, äh, umsichtigerweise von meinem Aufenthaltsort fortgeschickt, sodass sie diese Schreiben an einem öffentlichen Ort entgegennehmen können, wodurch die Sicherheit meines, äh, Kuriers gewährleistet ist. Ihr findet zwei von ihnen in Denerrim. Der dritte, äh, beschafft ein etwas seltenes Objekt aus Osama und seid bitte feinfühlig. Ich möchte nicht, dass ihr Gefühl verletzt wird. Okay, auch das nehmen wir an. Und dann haben wir Mörder deines Bruders. Mörder deines Bruders. Meine schlimmsten Befürchtungen sind wahrgeworden. Eine Bande teufelischer Malefikare vollziehen ihre ruhelosen Rituale in nächtlicher, äh, in nächster Nähe meines eigenen Heiligtums. Das kann ich nicht hinnehmen. Äh, ich, Jubasto, werde denjenigen belohnen, der diesen Teufel aufspürt und vernichtet, bevor sich ihr Übel ausbreitet und unerwünschte Aufmerksamkeit der Templer oder Dämonen auf meine Umgebung zieht. Reist in den Brasilienwald und vernichtet diese Götter, äh, Gotteslästerer. Auch das nehmen wir an. Und dann Kräutermagie. Eine Katastrophe. Ich war derart mit persönlichen Projekten beschäftigt, dass ich es versäumt habe, grundlegende Zutaten für meine Kräuterarznei zu sammeln, mit denen ich meinen Verstand für die anderen Welt schärfe. Ohne sie bin ich am Ende. Am Ende. Ich werde denjenigen, der mir Zehnbündel tief im Pilz bringt, demütig entlohnen. Mit ihrer Hilfe könnte ich meine Suche nach Erleuchtung mit klarem Verstand und weniger Ausfällen von Schläfrigkeit und Magenverstimmungen fortsetzen. Möge derjenige, der diesen Brief, äh, diese Bitte erfüllt, für seine edle und selbstlose Tat mit Reichtümern und deren Liebe des Erbauers überhäuft werden. Er bringt mir nicht, äh, ja, er bringt mir nicht weniger als die Erlösung. Auch das nehmen wir an. So, das war ja eine ganze Menge. Gut. Ähm, da hatten die Freischerler etwas weniger für uns. Gut. So, jetzt klatschen natürlich hier, äh, auch war nur eine, okay. Äh, ja, da haben wir jetzt nochmal. Ähm, finde und aktiviere vier mystische Orte der Macht. Sie liegen im Briselienwald, die tiefen Wege, dem Herzen Dämmeren und nahe des Fundamentes des Turmes des Zirkels. Falsche Zeugen. Spüre eine kleine Gruppe von Abenteurern auf und über, äh, und verhinde, dass sie, äh, Falschaussagen über angebliche praktisch, äh, praktizierende Blutmagie machen. Entlassungsschreiben. Entlassungsschreiben. Äh, finde drei Schüler und gibt ihnen, von ihnen ein, jeden von ihnen ein Entlassungsschreiben. Zwei von ihnen sind in Denerrim. Der dritte beschafft ein etwas selteneres Objekt aus Osama. Und Mörder, äh, meines Bruders. Reise in den Briselienwald und vernichte die Verbindung der Maleficare. Und halt Kräutermagie, bringe, äh, der Gemeinschaft der Magie zehn Bündel Tiefenpilz. Ja, gut. Das werden wir dann nach und nach tun. Weil, da müssen wir ja so oder so hin, also kann man das schön miteinander verknüpfen. So dass man nicht, wer weiß, wie viel ständig hin und her reisen muss. So, ähm, dann gucken wir jetzt noch ganz kurz hier die zwei Sekunden. Betrachtet ist als erledigt. Einmal Tiefenpilz und ein Silber Vierkupfer. Ja, können wir ja gut gebrauchen. Ja, und im nächsten Part werden wir hier mit Kester sprechen. Äh, was er uns alles zu erzählen hat. Und vielleicht schaffen wir dann auch noch halt hier, äh, in die Ohren wuschelig zu reden. Auf jeden Fall schön, dass du dabei warst. Schön wär's, wenn du im nächsten Part auch uns begleiten würdest. Und ich wünsche dir einen schönen Tag. Schönen Abend. Viel Spaß. Und bis dennne dann. Tschüss. 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 Tschüss.